Hallihallo Leute, heute zu einer, ja, zu einer Update-Folge, beziehungsweise zu einem, ja, speziellen Zauber, den ich mir wünschen würde. Und zwar geht's darum, es wäre der Richtungszauber. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, Richtungszauber. Wir gucken mal einfach in ein paar Angriffe von mir rein. Also ihr kennt's ja, es geht bei mir wirklich um Queen, Hila und das läuft ganz gut. Aber, es würde eventuell durch einen speziellen Zauber noch um einiges besser laufen. Und zwar, ihr seht's hier jetzt gleich, ich hau hier ein paar Hila raus, dass die halt die Queen beschützen. So, und dann arbeite ich ja, ich hatte am Anfang ja mit der Taktik, mit den Minions gearbeitet und fand, lief gut. Aber halt, das DLX wurde halt dadurch natürlich gleich wieder verballert. Wollte ich nicht. Dann dachte ich mir, gut, okay, umgestellt und die Situation ist wirklich cool. Also das läuft so, wie es jetzt momentan läuft, geht das richtig gut. Guckt mal, ihr seht, das DLX steht wirklich komplett mittig. Und ich greife wirklich von komplett unten an. Und die Queen geht wirklich schön durch. Wenn man alles so beachtet, wie die Queen gerne rennen möchte, ist das einwandfrei. Aber es kommt ja trotzdem manchmal anders, als man denkt. Kennt ihr selber. Und dafür wäre einfach der Richtungszauber einwandfrei oder ein Navi-Zauber, ein Navigationszauber. Irgendwie hier noch kurz den Rage gedroppt. Und dann war das ganz nice. So, jetzt gucken wir mal. Und hier seht ihr, jetzt geht die Queen schön aufs Dunkle, so wie wir es haben wollen. Und gibt mir natürlich hier die extra Portion Dunkles, dass ich die Queen dann auch bald wieder upgraden kann. Ich brauche 95k. Ich dachte am Anfang auch, boah, wie kriege ich die denn hin? Weil die Helden halt so megamäßig teuer sind. Mittlerweile lache ich drüber, ganz ehrlich. Also dieses jede Zeit oder immer wieder einen Held schlafen zu legen, klappt bis jetzt immer noch. Also klar, jetzt schlafen sie gerade nicht beide, aber ich kann ja die Queen gleich wieder schlafen legen. Und außerdem hatte ich sie natürlich beide, um beim CW angreifen zu können. Also das hat einwandfrei geklappt. Und hier habe ich noch gerade den Rage rausgepackt, weil ich halt nicht so lange darauf warten wollte, dass die Queen wieder loslegt. Weil sonst würde man sich sagen, warum haut dann jetzt noch den Rage raus? Ganz einfache Geschichte. So, und jetzt zeige ich euch das mal gerade an einem Beispiel, wo ich mich echt geärgert habe. Aber so ist es halt. Diese Strategie kann halt eben auch mal daneben gehen. Wir haben hier 3,6k Dunkles. Und ich dachte auch, gut, okay, komm, clearst du erstmal in dem Bereich schön mit Barbaren. Hier auch. Und an dem Bereich dann, glaube ich, sogar den King gedroppt. Und hier braucht ihr auch keine Angst haben mit diesem, naja, vielleicht gehen die Heiler denn eher zum King. Nein, die Heiler sind mehr, ja, Queen geil. Wie soll man es sagen? Es ist einfach so. Die Mädels halten halt zusammen. Und deswegen, wenn ihr King und Queen gleichzeitig droppt, wird der Heiler sich im Normalfall immer für die Queen entscheiden. Also so habe ich es wirklich mitbekommen. So, und jetzt der Bereich. Also das ist noch vollkommen legitim, weil die Queen hat hier die nächsten Sachen in der Nähe. Dann werden die natürlich erst gekillt. So, jetzt klar, erst das Goldlager, dann eventuell Tesla. Ich würde sagen, dann geht sie erst auf die Tesla danach. Gucken wir mal. Ne, okay, dann erst Goldmine und dann höchstwahrscheinlich Tesla, ganz genau, weil die davon gehittet wird. So, und jetzt, jetzt wäre mein Moment für meinen Zauber. Und zwar würde ich das so geil finden, wenn man sagen könnte, ich droppe jetzt hier meinen Zauber und droppe dann in diesem Bereich meinen zweiten Zauber. Sprich, ich habe zwar zweimal Zauber verbraucht, aber habe der Queen dann in diesem Bereich, weil zum Beispiel in dem Bereich, sage ich mal, nicht ein riesig großer Bereich, sondern wirklich relativ klein, weil sonst wäre der Zauber auch zu krass. Und dann droppt man hier halt noch einen und dann zeigt man der Einheit, die in diesem Kreis drin ist, du musst jetzt da lang gehen. Egal was da ist, ob da fünf Mauern sind, vollkommen egal. Und das würde ich richtig geil finden. Was haltet ihr davon von solch einem Zauber? Würde der euch was bringen? Was würdet ihr im CW davon halten? Weil, sind wir ganz ehrlich, die neuen Zauber, die dunklen Zauber, haben ja das gesamte Matchmaking-System komplett verändert. Also, da wäre doch auch so ein Richtungszauber eine geile Nummer, oder was sagt ihr? Also, wie gesagt, damit würde man natürlich dann im LX-Bereich, beziehungsweise DLX-Bereich, noch krasser farmen können, als man es jetzt schon tut. Aber, das wäre echt richtig geil, das würde mir richtig gut gefallen. Also, wie gesagt, ich bin auf eure Meinungen gespannt dazu. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Hier seht ihr halt, wie gesagt, dass die Queen hier noch ein bisschen was regelt. Sie geht auch noch in den inneren Bereich. Sie holt sich auch noch das LX. Ich glaube, der Bora wird auch noch gekillt. Aber, es war halt nicht mehr. Das dunkle LX ist mir leider verschlossen geblieben. Fand ich natürlich mega schade. Aber, so ist es bei der Strategie. Man kann halt auch mal Pech haben. Das soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, lasst es mich einfach wissen, was haltet ihr von dem Zauber? Und ich würde einfach denken, wie gesagt, zweimal, beziehungsweise halt zwei Spells für einen Versuch, dass man eben sagt, gut, okay, dort bist du, beziehungsweise Einheit A ist dort. Einheit A soll in diese Richtung gehen, sprich, zwei Zauber sozusagen verballert. Von elf kann ich mit leben, wenn ich dann weiß, die geht in die richtige Richtung. Das soll es dazu gewesen sein. Wenn ihr mehr so eine Videos sehen wollt, dann lasst es mich einfach wissen. Das war es von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.